Grüezi miteinander. Aufgabe des Legislaturprogramms ist es, die Strategie für die nächsten vier Jahre festzulegen. Der Regierungsrat hat drei Schwerpunkte definiert. Den sozialen Wandel gestalten, den digitalen Wandel nutzen und im Klimawandel begegnen. Diese drei Schwerpunkte hat er in 33 konkrete Ziele abgebrochen und diese bildet die Leitlinie für die verschiedenen Aufgabebereiche in den nächsten vier Jahren. Damit trifft aus Sicht der CVP der Regierungsrat die drei aktuellen Megatrends. Unsere Gesellschaft wird immer älter, wir kommunizieren immer mehr mit Computer und Handy und es gibt einen spürbaren Klimawandel. Mit diesen Legislaturzeilen geht der Regierungsrat genau diese Themen an und hat dazu die volle Unterstützung der CVP. Aber die zentrale Aussage aus dem Legislaturprogramm ist die, dass im Kanton Luzern die Finanzen mit dem Sparpaket nicht mehr das alles dominierende Thema sind, sondern der Kanton plant verschiedene, wichtige, grosse Infrastrukturprojekte und kann wieder anfangen, unsere Zukunft zu gestalten. Das ist eine gute Nachricht.